Jo, willkommen zurück bei Let's Play Elden Wingen. Wir sind hier oben soweit fertig. Und wollen nochmal zu der hier. Ob sich da irgendwas getan hat oder wir dir irgendwas geben können. Ich kann mir vorstellen, dass die die neue Fingerleserin da oben sein könnte. Wer hat's gesagt? Das ist etwas sehr wichtiges, was ich jetzt sicher bin. Ich habe es gelegt, was ich jetzt sicher bin. Okay. Die Späherren, das Haus mit ihrem Ring da, das er ja noch nicht kapiert. Wo dat sein soll. Also, ich habe es gesagt, ich habe keine Lüge gesprochen. Nicht nur eine. Du bist in einem Volkern, kein Fehler. Aber die Erde war direkt draußen. Du musst einfach rausziehen. Ich bin bereit zu sagen. Ich konnte nicht mehr klar sein. Aber ich liebte nicht. Und du bist perfekt nicht entschuldigt. Alles ist gut. Aber es endet gut. Oder? Oh, sein Arsch, ey. Oh, sein Arsch, ey. Oh, sein Arsch, ey. Da vorne ist der. Da vorne ist der. Da vorne ist der. und da vorne ist der. Dann werden wir nach Caelid weiterreisen, hm? Na, ich denke mal. Das will ich mal. Aber dann kein wenig, oder? glaube ich der nächste schritt oder ob es immer noch so krass unfair ist wie vor lyonia die uhr im jahr immer noch zum aussprechen aber wir können sie waren schatten das ist schon mal nicht so schlecht da sehe ich sonst nichts da unten ist halt wieder so ein erdenbaum fuzzi so 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 Was ist das? Sohn. Untertitelung des ZDF, 2020 Scheiße, Scheiße! Scheiße! Verdammt! Den können wir schaffen. Eigentlich nicht so schwer. Wir sind einfach nicht aufgestanden. Ja! 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 Ja gut, Gegner zu Fall gebracht. Da ist jetzt Zauberei. Friedhof voraus. Oh. Ah ja, stimmt's auch. Und wo ist das wertvolle Objekt? Hm, Scheiße. Wieso schätze ich das Spiel so ein, als ob der Riese jetzt dann auf mich feuern wird? Aber tut er nicht. Okay. Dann können wir in den Dungeon. Ja, also jetzt habe ich hier das Gefühl, dass wir mithalten können. Hat schon viel Schaden gemacht, keine Frage. Aber, hm, machbar viel, wenn ich das so sagen kann. Niedere... Hm, Erdenbaum-Katakomben. Hm. 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 Okay, weiter unten habe ich gesehen, ist auch noch was. Okay, weiter unten habe ich gesehen. 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 Okay, wunderbar. Muss dann auch reichen schon so. Okay. 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 Das war's für heute. Da. Okay, wirklich nicht? Leiter voraus. Okay, danke für den Hinweis. Okay. Das ist ein Loch. Könnt man da reinfallen? Das war's für heute. Das war's für heute. So, da unten waren wir schon. Genau. Dann zurück zur Leiter, dem ich sonst noch nichts gesehen hätte. Ja, mal runterrutschen, bitte. Ich meine, wir hatten ja noch einen Weg da drin. Oh, scheiße. Das war's für heute. Daher, perfekter versuchen. Okay. Ähm... Wir nehmen den letzten Ding, weil ich hab' nur für... für mich, für meinen Geschmack. Ich bin der Weg. 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 Da ist er. 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 Was haben wir hier in der Kiste? Hm, das große Schwert. Was haben wir hier in der Kiste? Das war ja Teilchen. Aber ohne Hilfe will ich die echt nicht besiegen müssen. Und dann er hat ab das war es dann wohl schon wieder von seiner seite naja ich meine die hunde gehe ich schon halbwegs hin ein bisschen umkreisen schadet nie also das hatten wir schon aktiviert okay aber dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder hier vielen dank fürs zusehen und macht's gut bis dahin